Mein größter Erfolg, den mache ich jedes Jahr wieder, einfach durch die Tätigkeit, die ich hier begleiten darf. Im Einkauf sind wir jetzt zu zweit für Rohmaterial und Handelsware und verantworten zu zweit ein Einkaufsvolumen von um die 25 Millionen Euro im Jahr, sind direkt dem Geschäftsführer unterstellt. Und jedes Mal, wenn ich mich mit anderen Einkäufern unterhalte, die man trifft in Schulungen oder sonstiges extern, da hat selbst die Leute, die in großen Konzernen arbeiten, nicht so ein Aufgabengebiet und das macht jeden Tag aufs neue Freude.